Senfkohl bringt 80 Auberginen bringt tatsächlich nur 60 mhm Also ist Senfkohl keine dumme Idee So So Das hätten wir So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Blumen haben wir jetzt auch. So, Blumen haben wir jetzt auch. So. Ich dürfte auf jeden Fall gleich Energieprobleme kriegen beim Gießen, denke ich. So. So, ich habe da sogar noch eine Kiste drin. So, gut zu wissen. So. So, wir sind gerade Schlagart die Laternen angegangen. Dann wird es wohl gleich dunkel. So. 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 Jetzt könnte ich mal was essen, denke ich. So. 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 Boah, ist das warm, ey. Ich muss mal kurz meine Hose hochkrempeln. Damit sie als kurze Hose fungiert. So, okay, jetzt habe ich eigentlich alles gemacht. Ich habe auf dem Hof alles gemacht. Ich war bei den Pilzen, bei den Tieren im Gewächshaus. Gut. Okay, morgen wird es wolkig. Okay, ich muss mich wieder an 봐요. Ach man, man. So. 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 So.